Hallo! Hallöle! Und man merkt schon, da ist jemand dabei! Und zwar meine... Schwester! Ja! Und wir spielen dieses witzige Spiel namens... Keep Talking and Nobody Explodes! Genau! Das ist ein Multiplayer-Spiel für zwei oder mehr Spiele. Bis nur zu zwei. Und und so! Du bist der Bomben-Menschärfer. Dein Ziel ist es, die Bombe zu entschärfen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Deine Freunde sind die Experten, die dich anleiten, die Bombe zu entschärfen. Sie haben das Entschärfungs-Modorial. Ja, ich habe das Handbuch zum Entschärfen von Sprengkörpern. Genau. Ich bin der Experte. Experten-Schnecksperten. Also, das heißt, sie darf die Bombe nicht sehen, ich darf nicht das Manuskript sehen. Entschärfungshandbuch, whatever. Wir müssen zusammenarbeiten. Genau. Was jetzt schwierig herausstellen könnte. Es wird furchtbar. Ja. Ja. Und wir hängen unser Leben nicht davon ab. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Das hier ist also die Bombe. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Ich verstehe. Wir müssen quasi Bombe-Experten entschärfen. Ja. Und diese Musik. So. Bomben. Erstmal Musik ein bisschen leichter machen. Also, man kann das in der Explosion. Oh, ich will nicht. So, Bomben. The first bomb. Wollen wir starten? Starten. Wir haben fünf Minuten Zeit. Es sind drei Module und drei Strikes. Versuche. Drei Versuche können wir machen. Okay. Okay. Das ist ein Läden. Was soll ich machen? Okay. Du darfst nicht gucken. Ich gucke doch gar nicht. Ja, guck nicht. Okay, es ist 16.50 Uhr. Und die Lichter gehen an. Ich bin in einem Raum gefangen. Was soll ich jetzt tun? Links oben sind vier Schwärze, Drähte, ein gelber und ein weißer. Also fünf insgesamt, ja? Genau. Verkabelungen. Ja. Du hast eine richtige Kabel mit seiner erfolgreichen Entschärfung durchtrennt. Also eins musst du durchtrennen, ja? Ja. Okay, sind rote Kabel vorhanden? Nein. Sind keine roten Kabel vorhanden? Ja. Ne, warte, wie viele Kabel gibt es insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es sind sechs. Okay. Ach, es sind sechs sogar? Ja, es sind sechs. Gibt es keine gelben? Doch, es gibt ein gelbes. Gibt es ein gelbes? Ja. Und mehr als ein weißes? Nein. Gibt es keine roten? Ja. Gibt es keine roten Kabel, so kappen sie das letzte Kabel. Okay. Ja! Wuhu! Dann gibt es vier kleine Kästchen. Das eine ist so ein Kreis am Stiel. Ein Kreis am Stiel? Ein Kreis am Stiel. Und das andere ist ein Harry Potter Zeichen. Und ein... Hat er also einen Blitz, ja? Genau. Und so ein... Hat so Schwenkelchen am Ende. Okay. Und so ein Haar mit auch noch ein paar Schnörkelchen. Und ein Tiki-Zelt mit oben so ein Strich durch. Also das Harry Potter Zeichen hier habe ich gefunden. Okay. Aber was muss man da machen? Nur eine der unten auf vorne. Drücken Sie die vier Knöpfe in der Reihenfolge, in der Sie in der jeweiligen Säule erscheinen. Von oben nach unten. Mhm. Also nochmal das erste ist... Das ist ein Haar. Ein Haar. Mhm. Da gibt es zwei Haars mit Schnörkelchen? Mit Schnörkelchen unten so. Rechts unten. Okay. Eins, zwei, drei, vier, vier... Das ist das sechste Zeichen. Ich habe nur vier. Nein, 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 wir haben nur drei Minuten. Ich bin schon überfordert. Hä? Drücken Sie die vier Knöpfe in der Reihenfolge, in der Sie in der jeweiligen Säule erscheinen. Im Fall steigt halt hier, oder? Nein, du musst doch drücken. Aber hier sind gar keine Säulen, hier sind vier Knöpfe. Du musst die vier Knöpfe in der Reihenfolge, in der Sie in der jeweiligen Säule erscheinen, drücken. Von oben nach unten. Das bedeutet, du musst das Haar sechsmal drücken, oder? Ich glaube, man kann es nur einmal drücken. In der Reihenfolge, in der Sie in der jeweiligen Säule erscheinen. Achso, dann musst du das Haar zuerst drücken, wenn ich mal... Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist so schnell, ja, zwei Minuten! Das ist doch hier total kacke erklärt! Du, also erklär mir das. Also, da sind vier Knöpfe. Mit so einem schwarzen Ding über den Zeichen. Und diese Zeichen sind ein Kreis mit Stöckchen dran. Warte, ich muss ja erstmal so ein Kreis umstecken. Ein Kreis mit Stöckchen unten. Gibt's ja gar nicht sowas. Da müssen Stöckchen dran sein. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Da werden noch anderthalb Minuten. Das ist ein Kreis mit dem Stöckchen. Ach, das habe ich gefunden! Das ist das zweite von oben. Also, drück mal das zuerst. Okay. Ja! Dann, als... Dann das Haar. Okay. Scheiße. Dann probier was anderes. Dann mach das Harry Potter-Zeichen. Oh mein Gott! Wir sind tot! Du hast uns alle getötet! Scheiße! Okay. Ich glaube... Wir machen gleich weiter. Wir können jetzt gleich noch mal. Ja! So. So. Das schaffen wir jetzt. Zweiter Versuch. Nochmal. Also. Ich habe ja eine Bombe. Gut. Links oben. Zwei gelbe Torete, ein schwarzer Draht. Keine roten Kabel, durchtrennen sie das zweite. Von wo? Das ist von oben, der Kabel. Das zweite solltest du... Das ist das zweite! Jetzt haben wir noch ein... Jetzt kann ich noch eins versuchen. Hä, Jun? Das zweite Kabel von oben! Eins, zwei... Ach so! Manometer! Ja doch, das macht Sinn! Ja, ja. Einfach so! Was tust du? Das war voll gut erklärt! Ja. Ähm... Das Keypad sind wir jetzt. Mach mal einfach weiter. Ja, ja, ja. Schnell! Links oben habe ich ein umgedrehtes Dreieck. Ein umgedrehtes? Ja, nee. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Tschüss, warst du klar? Nein. Ein umgedrehtes Fragezeichen. Daneben ist hier das O mit dem Strich. Dann ist hier so ein H mit dem Schnörkelschirch und ein Stern. Ein Stern? Ein Stern, oder? Ah, okay. Also dann zuerst das O mit dem Strich. Mhm. Dann, ähm, was gibt es noch? Ungedrehtes Fragezeichen. H und ein Sternchen. Dann das Sternchen. Mhm. Dann das H. Ja. Und dann das Fragezeichen. Ja! Mein Gott! So, jetzt haben wir alles geschafft, oder? Und dann geht es mir schon noch weiter. Ja, jetzt müssen wir nur den Ausknopf drücken. Also ich sehe nichts mehr. Entschuldigen. Ich weiß nicht warum. Du hättest schon mal über seine Seite machen müssen. The Button! Was ist denn mit dem? Ich habe den, glaube ich, falsch gedrückt. Wie, gar ein Button? Ich weiß es nicht. Du musst mit mir sprechen. Du kannst hier kein Ego-Trip machen. So, versuchen wir es nochmal. Denn alle guten Dinge sind drin. Genau. So. Ähm. Gut. Ähm. Kabel. Kein rotes Kabel, das das zweite Draht war. Sind es drei insgesamt? Insgesamt sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Entschuldigen. Du musst mit mir sprechen. Ähm. Gibt es keine schwarzen? Doch, gibt es. Sollte das letzte Kabel schwarz sein? Ist es letzte schwarz? Nein. Gibt es exakt ein rotes? Nein. Okay. Andernfalls, durchtrennen sie das erste Kabel. Also da musst du das erste durchtrennen. Ja. Ui. So. Er wird dasselbe Scheißteil. Das Keypad, ja. Ein C. Mit einem Punkt drin. Das ist das erste. Danach kommt so ein Dreizack, würde ich sagen. Ein Dreizack? Dann ein umgedrehtes P. Und ein B mit so einem kleines, äh, mit einem T vermischt. Ah, okay. Dann musst du zuerst den Dreizack. Mhm. Dann ein B hast du gesagt, gibt es? Ja. So umgedreht mit einem T drin. Ja, genau. Das B. Mhm. Dann das C mit dem Punkt. Mhm. Und was gibt es dann noch? Dann das P. Dann das P, genau. Gut, dann den Button. Den fucking Button. Warte, da muss ich was lesen, glaube ich. Betrifft Knöpfe. Gut. Folgen Sie den Regeln in der aufgeführten Reihenfolge. Führen Sie die erste Maßnahme durch die Zutriffe. Ist der Knopf blau? Nein. Mit Abort? Nein. Gibt es mehr als eine Batterie? Und der Knopf sagt Detonate? Sagt der das? Es steht Hold. Hold. Es gibt nur eine Batterie. Ist der Knopf weiß? Gibt es mehr als zwei Batterien an der Bombe? Nein, nur eine. Ist der Knopf gelb? Ist der Knopf rot? Und der Knopf sagt Hold? Dann drücken Sie den Knopf und lassen Sie ihn direkt wieder los. Der ist nicht rot, das ist gelb. Oh Mann! Dann trifft nichts von oben genanntem zu. Dann halten Sie den Knopf und lesen unten bei einem gedrückten Knopf loslassen weiter. Also. Wie? Du sollst ihn dann erstmal gedrückt halten und dann lese ich weiter. Während Sie den Knopf gedrückt halten, wird ein farbiger Streifen auf der rechten Seite des Moduls aufleuchten. Du sollst ihn erstmal gedrückt halten. Okay, soll ich das machen? Gedrückt halten. Ja, soll ich machen? Ist jetzt, ja. Gut. Ein farbiger Streifen auf der rechten Seite des Moduls. Welche Farbe? Rot. Blau, weiß, gelb gibt es nur. Andere Farben loslassen, wenn der Timer in beliebiger Position 1 anzeigt. Egal. Also wenn auf dem Timer irgendwo eine 1 ist. Ja, mache ich. Ja, okay. Ja, ist gescheit! Alter. Die Menschheit wäre zwar schon zerstört. Aber egal. Also wir wären tot. Das war doch gut, das. Diffused. 2, 1 und... Oh, wir sind ja... Wir haben neue Bestzeit. Wieviel Zeit hätten wir noch gehabt? 2 Minuten 31. Ja, neue Bestzeit. Doch, noch eine. Bomben. Das ist was Neues. Ja. When did seeing a family bomb become comforting? Also wann wird es komfortabel, wenn man eine Bombe sieht, die man schon kennt? Egal. Diese Bombe will dich nur zur Hälfte... ...komfortieren. Du solltest vielleicht meinen Englisch kurz machen. Möglich! Komfortieren. ...komfortieren. Deine Nummer! Komfortieren. Es ist 1703, meine Nona. 1705 auf hier. Ähm... Oh Gott. Fangen wir mit dem Einfragen an. Ähm... Rechts unten sind wir diese vier Kästchen. Links oben ist ein O mit einem Strich, dann das H, dann der Blitz, dann das Tiki. Okay, dann du zuerst das O. Mhm. Dann das Tippi. Dann die Harry Potter-Naube. Ja. Und das H. Okay. Dann, äh... Ich hab jetzt so einen komischen Bildschirm mit einer Zwei. Da drunter stehen 3, 2, 4, 1. Warte, erstmal mit einer Zwei? Mhm. Also komisch nach Bildschirm. Ah ja, okay. Betrifft Erinnern heißt es, okay. Oh Gott. Also da oben ist ne... Ne Zwei. Ist das Display Zwei? Oh mein Gott. Warte, drücken Sie den richtigen Knopf, um das Modul in die nächste Stufe zu leiten. Erledigen Sie alle Stufen, um das Modul zu entschärfen. Drücken Sie einen falschen Knopf, setzt das Modul auf Stufe 1 zurück. Kompositionen sind von links nach rechts angeordnet. Okay, Stufe 1. Also, äh, welche Zahl ist da? Eine Zwei, ja? Genau. So drücken Sie den Knopf in der zweiten Position. Okay. Brauch ich. Dann die Stufe 2. Welche Zahl ist da? Ist nochmal eine Zwei. So drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. Okay. Stufe 3, welche Zahl? Vier. Ist das Display 4, so drücken Sie den Knopf mit Aufschrift 4. Okay. Welche Zahl kommt an? Drei. So drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 2. Ähm, okay. Und der fünfte ist? Drei. So drücken Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 4. Oh Gott. Oh Gott! Welcher hat das sogar gedrückt? Ich glaube, eine Zwei. Ich glaube auch. Eine Eins sich jetzt. Oh Mann! Scheiße! So drücken Sie den Knopf in der zweiten Position. Gut. Dann kommt? Eine Zwei. So drücken Sie den Knopf in derselben Position wie in Stufe 1. Okay. Dann? Eine Vier. So drücken Sie den Knopf mit Aufschrift 4. So, jetzt merkt Sie den Knopf mit derselben Aufschrift wie in Stufe 4. Gut. Gut, fertig. Ähm, der Knopf ist weiß. Es steht Hold. Warte, ich muss erstmal zum Knopf wie... Ah, okay. Da steht Hold und es weiß, ja? Mh. Da gibt es nur... Gibt es mehr als eine Watt. Detonate ist knapp Carve. Zwei Batterien. Das sind drei Batterien. Ist da irgendwas, was FRK bedeutet? Wo FRK steht? FRQ. Oh, versteht hier. Eine Serie, eine Serie Nummer. Okay, dann müssen wir wieder den Knopf gedrückt halten. Wenn da Carve nicht dazutrifft. Okay, und dann wieder auf 1 warten, was? Dann warten, welche Zahl wieder kommt. Äh, welche Farbe. Weiß. Loslassen, wenn Timer in beliebiger Position 1 anzeigt. Okay. In beliebiger Position. Ja. Ja! Wir sind ja richtige Bomben-Menschärfer hier. Scheiß. Wollen wir mal abwechseln? Nein. Doch? Ja, doch, doch. Mach die mal. Joas! Der Hapfchen! Oh Gott. Ich gebe lieber Anweisungen. Das war mir klar. Das weiß ich. So. Dann wollen wir mal. Oh, 1,21 hätten wir noch Zeit gehabt. Ui. Eine neue Bestzeit. Das steht auch immer. Ja, weil wir es noch nie gemacht haben. Achso. So, also weiter, ja? Ja. So double your money. Oh, wir können unser Geld verdoppeln. Ja, wir haben gar kein Geld, die sind schon erstudiert. Okay. Start. Das Lied, das Lied, das Lied. Okay, also. Wir haben jetzt hier oben einmal Kabel, vier Stück. Mhm. Schwarz, rot, blau, weiß. Gut, gibt es mehr als ein rotes Kabel? Nein. Nein. Äh. 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 Ähm. Ähm. Andernfalls sollte das letzte Kabel gelb sein. Es gibt keine roten Kabel. Nein, das ist weiß. Das letzte. Das erste schwarz, dann auf der vierten Position rotes, auf der fünften blaues und auf der sechsten weißes. Doch, habe ich gesagt. Es gibt ein rotes. Es gibt mehr als ein rotes. Nein. Mhm. Okay, eine Minute ist schon um, also. Aber gönn dir deine Zeit. Gibt es exakt ein blaues Kabel? Ja. Dann, äh, ähm, trennen Sie das erste Kabel. Ja, okay, dann nochmal Kabel hier. Und zwar sechs Stück. Mhm. Weiß, 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 schwarz, weiß, weiß. Also fünf weiße, ein schwarzes. Gibt es kein gelbes Kabel? Nein. Ähm, guck mal auf die Seriennummer. Rechtsklick, äh, drehst du es um? Bitte, und dann ziehen Sie. Seriennummer, wusste ich. Und? Mhm. X6, C, S, B3. Ist drei eine Unkarte Nummer? Würde ich sagen. Dann durchtrennen Sie das dritte Kabel. Huh, okay. Dann jetzt zu den Knöpfchen. Warte, warte. Wir sind schon beim Knöpfchen, na? Ja. Okay. Dabei gibt es aber zwei. Was? Auf dem einen steht Detonate und der ist, ähm, weiß. Und auf dem einen steht Abort und der ist weiß, falls es dir irgendwie helfen sollte. Hier steht, okay, hier steht also betrifft Knöpfe, aber sonst? Steht ja nichts davon, wenn es zwei sind? Nö. Ähm. Dann machen wir einfach ganz normal. Also Detonate und weiß. Okay. Steht doch nicht, welchen man dann zuerst nehmen muss oder so? Ist der Knöpf, ähm, gibt es mehr als eine Batterie? Ja, eine ganz dicke und zwei kleine. Ähm, und der Knöpf sagt Detonate? Ja. Dann den Knöpf drücken und direkt wieder loslassen. Hat geklappt. Okay, der nächste ist Abort und weiß. Abort. Abort steht da? Mhm. Gut, ähm, hier steht, doch, ist der Knopf blau und mit Abort? Nein, weiß! Gut, trifft Licht von den Oben gelassen zu, dann halten sie den Knopf und lesen bei einem Göt, ähm, dem Gut, halt den Gedrückt. Das weiß daneben. Ähm, ja, Position 1. Also, wenn irgendwas von dem Teil meiner 1 anzeigt, muss loslassen. Hat nicht geklappt. Hä? Wieso? Jetzt ist blau. Jetzt ist blau der Knopf, oder der Streifen. Der Streifen ist blau. Ähm, 4. Wenn eine beliebige Position 4 anzeigt. Okay, hat geklappt. Haben wir es nicht geschafft? Ich weiß nicht, warum auf was muss ich denn erst klicken? Eigentlich die Knöpfe, die machen es. Hä? Gibt es da noch was? Nö. Zähl es mal um. Oh mein Gott. Hier sind ja nur die Batterien. Gehe ich ganz um? Ah, oh mein Gott, okay. Okay, also. Ah, okay, das hat gesagt noch weiter, aber was soll ich denn wissen? Also ein C mit einem Punkt. Achso, warte, 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 warte. Da muss ich erst mal hin. Da war's. Oh Gott. C mit einem Pünktchen, Stern, B und T und das umgedrehte P. Warte. Die müssen alle vier in einer Säule vorhanden sein und dann in der Reihenfolge. Und was brauchst du? C mit einem Punkt, Sternchen, B und T. C mit einem Punkt, Sternchen, Sternchen, ja, dann. Dann B, T, so ineinander. Okay. Und das umgedrehte P, was aussieht wie so ein Fähnchen. Gut. Okay, ich möchte dich auch nicht hetzen oder so, aber die Zeit läuft. C mit einem Punkt, dann Sternchen, T und B ineinander und das P. Gut. Danach kommt noch eins, Junior. T und B? Was? T und B? Ja. Dann das C. Ja. Dann das umgedrehte P. Ja. Dann Sternchen. Ja. Und jetzt ein C mit einem Pünktchen, Sternchen. Okay. Irgendwie so ein S. Oh Gott. Ich bin das nicht so gut. Vielleicht auch, weil ich das da an die Rückseite nicht gefunden habe. Oh Mann. Noch ein Versuch? Ja. Cute. Oder? Ja. A retry, ne? Ist das gleiche nochmal oder kommt was anderes? Ne. Okay. Bist du bereit? Bereit wie ein Dachdecker. Das ist immer sehr. Also, die vier Kästchen, wo man das in die Reihenfolge bringen muss. Ja. Ein Sternchen. Mhm. T und B ineinander. Ja. C im Pünktchen. Ja. Und so ein komisches, das ist eine 3. Und so ein Strich. Und so ein Strich unten und hat so eine Fühler. Okay. Fühler. Gut. Das T und B ist das erste. Ja. Dann das C. Ja. Was war noch? Sternchen. Fühler. Und die Fühler. Die Fühler. Sternchen. Okay. So, dann jetzt hier Kabelchen. Kielchen. Sind insgesamt fünf Kabel. Mhm. Ein blaues, das ist das erste. Okay. Dann zwei weiße, ein schwarzes, ein gelbes. Ähm, letzte Kabel schwarz? Nein. Gelb. Okay. Ein rotes Kabel gibt es nicht, wa? Mhm. Gut. Ähm, keine schwarzen Kabel. Es gibt sehr viele schwarze. Ein schwarzes? Dann durchtreiben sie das erste Kabel. Hat geklappt. Okay, warte, jetzt mache ich gleich mal die rückseite hier. Oh mein Gott. Okay. Also drei Kabel. Ja. Ein schwarzes, ein rotes, ein blaues. Drei Kabel. Gibt es mehr als ein blaues Kabel? Mhm. Schwarz, rot, blau. Das letzte Kabel. Okay. So, dann wieder hier unsere drei Symbole. Unser Freundchen. Also das umgedrehte P, so ein Dreizack, so ein Kronleuchter, dann das T und B ineinander und ein Sternchen. Gut, dann Kronleuchter zuerst, dann das T und B, dann war das das C? Nein, C gibt es nicht. Was waren das? Sternchen und P. Dann das P und ein Sternchen. Okay, so, dann jetzt einen, welchen machen wir zuerst? Also da ist ein roter Knopf, da steht Press. Und dann ist aber noch ein anderer. Rot und Press. Ja, dann gedrückt halten. Welche Farben? Rot. Eins. Wenn er eins eingezahlt wird. Hat nicht geklappt. Gelb. Gelb für Streifel? Ja. Ähm, fünf. Oh Mann, warum kann ich das nicht? Oder kann ich das nicht? Hat geklappt, okay. Gelb und, äh, ich meine, der Knopf ist weiß und da steht Hold. Ähm. Ist der K drauf? Nein, Hold. Gibt es einen Leuchtenindikator mit Aufschrift K irgendwo? Ich weiß auch immer, was das bedeuten soll. Nein, da steht Bob. Was steht da? Bob. Bob steht da drauf. Und auf dem Knopf steht aber Hold. Ja, dann halt immer drauf. Okay. Rot. Rot. Ähm, bei eins. Juhu. Oh ja. Gut. Du, du, du. Ich würde sagen, wir machen hier erst mal eine Pause. Gut. Ähm, ciao dann. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Äh. Erst mal umsch... Küppen.